Hey meine Lieben und Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ähm, heute bin ich von meinem Erwatsa-Account online, weil ich meinen Erwatsa-Account irgendwie vernachlässige. Und ja, also es wird ein kurzes Video sein, schon ein ganz langes. Ähm, ich werde heute den Gewinner für meinen ersten Erwatsa-Account jetzt gleich auslosen, wer den gewonnen hat. Und Leute, wir haben fast 400 Abonnenten. Das finde ich so geil, also bitte Abo da lassen. Und keine Sorge, ihr werdet auch noch alle gewinnen, weil ich werde auch noch echt andere Verlosungen machen. Und ich habe einen, oh Gott mein Deutsch, sorry. Ähm, ich bin ja jetzt mit meinem Haupt-Account, kann ich euch kurz zeigen, ähm, habe ich mich sozusagen nur ein Bier-Paket geholt. Und ich wollte mich ja VIP machen, weil ich ja noch VIP bin. Ist das beim, ähm, also wenn ich zeig... Ich zeig euch das gleich erstmal. Also erstmal mein Haupt-E. Ich habe meinen Look gemacht, den fand ich irgendwie voll süß. Und ja, ähm, das ist mein Haupt-Account. Mit denen habe ich eine Woche VIP, ein Ticket, also ein VIP gekriegt, aber das werde ich irgendwann verloten, also nicht sofort. Und ja, genau, ihr könnt ihr ja auch noch Freundschaft, bevor wir schicken. Ich bin noch bis zum 17.1. ein VIP. Und ja, also bei mir, bei meinem Haupt-Account zeigte es das hier nicht an, weil sonst hätte ich mich ja sowieso VIP gemacht. Aber weil das nicht geht, und bei mir zeigte es halt das hier nicht an, habe ich mir halt VIP-Paket geholt. So, und auf jeden Fall kommen wir jetzt zum hauptsächlichen Thema, dem Account. So, mal gucken, wer den jetzt erstmal gewonnen hat. Und bitte seid nicht traurig, ähm, weil, ähm, also es waren insgesamt 22 Kommentare in dem Video. Und den anderen Account verlose ich auch nochmal, also nicht traurig sein. Es gibt noch sehr viele Verlosungen und May-Times, die ich bald machen werde. Ich werde auch bald wieder leisten. Ich weiß nicht, wann ich jetzt Praktikum immer habe. Also Montag und Donnerstag und Freitag. Und halt mit uns, wie gesagt, Schule. Ähm, ja, auf jeden Fall losen wir den Gewinner aus. Das Trommelbögel erstmal kurz, bitte. Ist mein Laptop-Präsident, oder? Und der Gewinner ist... Ju Aleksandra. Aber, wenn du das liest, herzlichen Glückwunsch für den, meinen Hauptaccount. Bitte schreib mir bei Skype oder bei MSP bei meinem Hauptklief mich an. Ähm, ich weiß, wie alle, einmal deutsch, ihr alle habt mitgemacht und, ähm, ja. Ähm, danke, dass ihr alle mitgemacht habt und ich werde auch wieder, wie schon gesagt, noch mehr verlosen. Also nicht traurig sein, da ich wirklich noch sehe, was ich verlosen werde und noch sehe, was ich verlosen kann. Und, ja. Ich habe, glaube ich, noch einen Account, den ich wirklich verlost habe und das in die Infobox mit passt. Ich werde das später in die Infobox auch nochmal reinschreiben. Ähm, herzlichen Glückwunsch an dich, Ju Aleksandra. Ähm, bitte schreib mir bei MSP oder bei Skype, dein, ähm, kann ich dir das Pop-Rot schicken. Und, ja. Und ich danke mich auch an euch allen, die mitgemacht haben. Und bitte seid nicht braun. Ich hab dir schon gesagt, es kommen mehr Verlosungen. Und, ja. Das war's dann von dem Video. Und ich sage euch jetzt erstmal Ciao. Ciao.